ja bis bfa kann es noch ein bisschen dauern so lange muss man hier auf seine mitspiele noch etwas warten ich will euch da jetzt gar nicht spoilern aber in der zwischenzeit wo ihr auch wahrscheinlich auf den release wartet könnt ihr etwas ganz tolles gewinnen denn unser partner für artikel und news zu world of warcraft einer der wenigen leute die übrigens noch diese sachen selbst schreiben anstatt sie einfach nur zu übersetzen der hat für euch zusammen mit blizzard ein mega tolles episches giveaway und da bekommt ihr tolle sachen zu gewinnen und jetzt werdet ihr sagen das ist jetzt wieder irgendwas wo ich bei facebook liken sharen abonnieren muss nicht müsst ihr gar nicht machen der sinn ist natürlich dass der dominik der werbung macht nämlich dass man auf ihn aufmerksam wird und wenn einem das gefällt kann man da bleiben wenn ich bleibt man eben dort nicht und ihr müsst im grunde nur seine website besuchen dort unten in der videobeschreibung und einfach nur euch eintragen da drinnen was ihr gerne haben möchtet kurz mal markieren ihr könnt alles markieren und eine kleine frage beantworten die da lautet wie heißt der heimatplanet der drenei also das spoiler ich euch jetzt nicht solltet ihr hinbekommen hat auch viel mit legion natürlich mit der story zu tun ihr habt dann zeit bis zum 4 april 2018 ganz exakt 12 uhr das ist also nicht mehr lange hin daran teilzunehmen nur was bekommt ihr dafür ihr könntet gewinnen world of warcraft legendary mouse und das legendary land yard world of warcraft legion collectors edition ein moorlok backpack also das so ein moorlok dann da drinnen im rucksack noch zu viel als plüschtier ein hogger plüschtier ein noobs marine moorlok rev of the lich king cinematic book das gibt sogar zweimal ein warlords of drainer art book street of warcraft elf t-shirt illidan keychain kriegskleben und dann gibt es zusätzlich auch noch mit ein paar trost preise dafür für die leute die dann kein glück gehabt haben ich meine zwei stück hat er zusätzlich noch da drin das ganze ist also verdammt ein fettes paket dafür dass man nichts anderes machen muss als daran teilzunehmen dennoch wenn ihr schon mal dann auf der website seid seid ihr vielleicht mal so fair und probiert wenigstens mal so einen oder anderen artikel von ihnen ausschaut euch das an das ist natürlich der sinn dahinter wenn es euch nicht gefällt naja dann geht ihr halt wieder runter wenn ich sagt ihr hey da schaue ich mir öfters nach wenn ihr rund um die über seine benachrichtigung auch noch erhalten wollt könnt ihr das auch tun bei uns in discord unter kein loot punkt die da im update seht ihr dann immer vom dominik die ganzen sachen also viel spaß mit dem gewinnspiel von ajo de dem dominik und viel glück ich bin gespannt ob ihr irgendwas gewonnen habt wenn ihr das habt schreibt mir doch würde mich echt mal interessiert vor allem wer die legendäre maus dort abgreift die ist nämlich unwahrscheinlich teuer ich wünsche euch viel spaß damit und wir sehen uns bald wieder in ihr könnt es erahnen bfa oder am zu unserem stream